Hans Polo, Badaboom Bang Bang Badaboom Bang und Badaboom Bang... Oh, der hat Verbindung für uns. Alles gut, Bruder, alles gut. Ey, Autofußball ist echt geil. Lass mal aufspielen, ja. In echt. Ja, ich komm mit dem Bett zu meinem Vater, ok? Bruder, ja. Guter PS. Ey, ich merk schon, es wird sehr schwierig. Warum? Nein, das ist nicht so meine Stärkung. Wo lässt du? Und die Vorlage von... Ey, Jungs, ich hab einfach den einen Typen... Guck mal da hinten, ich hab den einfach blockiert die ganze Zeit. Seht ihr das da hinten? Da links. Der hat dich blockiert. Nein, ich hab den blockiert die ganze Zeit. Und dann hab ich ihn aber zerstört. Hast du den Autofußball angedreht, oder was? Der hat kurz getätet, brauche einer Vertrag. Vom Team-Chat hier. Wett mich an, Realtowbrücke. Die berichtet von das... von das... von das Indy-Laden. Von das Indy-Laden. Von das Rocket League Team, ne? Nein, mich hat grad ne Dings, ne Bekannte aus Leipzig angerufen. Was? Hat sie immer? Ne Bekannte aus Leipzig. Ich wusste nicht mal, dass ich mit der Bekan... ähm, also... Oh, ich bin warm heute, oder? Das ist mein Dings. Dass ich mit der Verwandt bin. Und plötzlich die so, ja, kennst du denn die und die? Und ich so, ja. Ja, das ist meine, äh, das ist meine Dings. Das ist meine Mutter. Ich so, oh, okay, ich? Du wolltest ihn knallen, oder was? Hab die gesehen? Einfach ich. Einfach tschüss. Ich hab Farb. Der klaut einfach mal Nitro, der Buzz. Ey, Richard, wohin spielst du? Wohin spielst du? Ey, du. Ey, du. Ey, du. Ey, du. Hör mal. Was macht der denn jetzt da? Denn jetzt wird so scheiße, ne? Ich weiß nicht, wie wir von so einer Stolzke so einen Gegenangriff kriegen können. Ich kann nicht sagen. Ich will dir mal was erzählen von mir. Die scheiße, die du machst. Außer bei dir. Du bist ein echter Dashi-Shanone. Aber das Spiel ist irgendwie voll ruhig für 4 gegen 4. Ich schwöre. Aber nein, eigentlich nicht, ja. Ey, hallo. Ey, hallo. Klar, das ist voll locker, das Spiel gerade. Nein, ist chillig. Ist voll chillig, Digga, ehrlich. Seid ihr so, wie es ist? Ehrlich. Aber die packen wir schon ab, ja. Die Buzzs, alle. Hast du ja noch mal. Bist du auch feiern? Bist du auch feiern? Bist du auch feiern? Bist du auch feiern? Okay. Sag Noah, ich warte auf die Vorlage. Okay, das darf ich schon mal. Ist doch egal, das passt. Für dich, für dich. So ein Abstau. Ja, ja, ja. Schlaber, du denkst. Guckst du ja an, ich hatte das noch in die Mitte. Thomas Müller. Dennis Becker. Dennis Becker. Das war nice, das war wieder, als ob es abgesprochen war, war ja auch. War ja auch. Aber meistens gehen wir nicht hier ab. So, hier kommt die Vorlage, da war der dritt. So nice, so nice und so clean. So geentschieden, Alter. Weiß nicht, wie die immer den Anfang gewinnen. Müssen aber mehr Boots einbauen. Oh, oh, der kommt hoch, Achtung! Ja, hat der echt gut hingemacht. Der hat mich gerahmert. Guck mal, wie krasse Luft-Control. Ich hätte den bekommen, Bruder, aber dann... Ja, du hast mich gerammt, der Hund! Sag dir, ich hätte ihn bekommen, ich hätte ihn bekommen, Bruder! Ich wurde gerammt, ich wurde gerammt. Danke. Aber es ist nicht schlimm. Kein Problem, Alter. Ist gut. Ich bin einfach gestört. Du fresh! Kann ich hier raus, oder? Und... Hier geht's, ne? Ich nicht. Oh! Wild! Wild! Ich hab echt nicht gedacht, dass das klappt, ja? Bruder! Es war vergleichbar mit einem Zeitfallzieher. Bruder! Es sah echt sexy aus. Und dieser Twitch-Typ geht echt raus, ja? YouTube hat gezeigt, was Twitch kann. Nichts. Twitch ist trash, Digga. YouTuber. YouTuber wird hier groß, ja? Das Handy da. Nils, das war für dich. Okay, der war für dich, Nils. Nils, was war das? Der fährt einfach da vorbei, guck mal. Das war eigentlich ein Pass, so zu Nils, weil es... Damit der nicht schnell weg war. Der fliegt einfach da vorbei! Der fliegt da einfach vorbei, Digga. Das war echt... Nein, der ist einfach vorbeigefahren, der Lappi, ja? Drei Bots, ne? Hol'n weg, hol'n weg! Stark! Der war echt... der war echt strong, ja? Weißt du? Bruder, ja. Baba hier, Noah, ja. Baba. Ich hab gesehen, wie der so angeflogen kam. Das sah so schön aus, ne? Boah, Noah! Bruder! Der so, ich bin nicht warm! Der ist... Vulkan! Sexy, einfach ehrlich. Was war das? Ich fahr, Jungs. Ich fahr. Ich fahr. Okay, damit hab ich nicht gerechnet. Oh, ich hab Zeitüberschreitungen. Ah, okay, was? Pass auf. Ich wurde einfach weggedrankt. Oh, ich hab ihn gar nicht gut getroffen. Boah, Glanzparade hab ich bekommen. Ich hab kein Nidro. Aua, ich hab kein Nidro auch, Alter. Ich bin hochgeschwungen, so miesen. Guck mal, wie ich so hochsprünge. Warte. Wer war da noch? Wer war da noch? Ah, wer waren alle da? Wer waren alle da? Aber Yassin? Ich bin aber auch falsch gesprungen, ja. Aufhören. Vergehen, halt. Versetzt reinschießen. Jetzt so, ne? Ah, machen wir lieber nicht mehr. Ne, du warst zu lang. Ich glaub zu versetzt. Das ist eine luke, Bruder. Du hast... Ich hab'n dir verdroht. Und du hast'n nicht gelugt. Manne! Bruder, nein! Au. Bruder. Ehre. Wollt ihr eigentlich jetzt keiner von dir berühren, Alter? Was haben die da versucht? Nein, Digga. Die sind los, Digga. Warte. Wir haben einfach alle! Drei oder vier Mann am Ball vorbei. Oh, der war aber der Torwart noch. Du warst, du warst der Torwart noch. Ab Bruder! Ich glaub 15%, 27% gut. War mein Tor. Oh, scheiße. Oha, der trifft den noch, ja. Zwei Fischer. Fitt dumm an, ne? Aber man kann, man könnte es noch drehen. Von denen. Fack. Komm, Jungs, einer hin. Jungs, einer hin. Aua. Aua. Okay, wir müssen die Stadt durchfahren. Aber in zwei Reihen. Digga, wir müssen alle einfach drauf. Boah, Jungs. Aber einer muss bitte auch hinten bleiben. Der war echt hoch. Einer muss bitte hinten bleiben. Okay, ich fahr voll rein. Ich kenn schon ne Taktik, ich kenn schon ne Taktik. Jungs, du wartest ein bisschen. Bruder, wir haben gewonnen. Tschül. Oh, gut, das war noch echt knapp. Schwör. Sieg. Heil. Ich muss erstmal O2 zu machen, Digga. Ich glaub, O2 frisst voll hier Dings, Alter, ja. Internet hier oben. Strom. Das ist Strom, Digga. Die PS5 frisst Strom, Alter. Mein OLED-Fernseher. Okay, ich glaub, ey, bei Rocket League frisst der, glaub ich, echt Strom, ja. Weil kein Stückchen schwarz ist hier. Der Bildschirm. Der Bildschirm. Da oben sind Auszeichnungen immer, ja. So zwei Stück. Und da? Und ich glaube, die 91 Autoberrungen sind wegen Dings, ne. Ja, weil du und der eine Typ sich 50.000 mal beruhigst. Und vier erste Ballkontakte, Bruder. Oder weil du mich ganz so gerammt hast. Mutter? Balkan Betrugo. Betrugo? Das war einfach deutsch, ja. Einer von euch nicht in unserem Team drin, sonst hätten wir ja... Den Yassin wieder. Der macht sich nicht bereit. Macht sich schon bereit, Alter. Der will nicht mit so schlechten Jungs. Bruder, ich hab mir grad ein Date, ja. Zählt mal, ja. Mit Jesse da oder einer von den anderen. Mit Mutter zählt nicht als Date. Eis essen. Jessica, Jessica ist gut dabei, ja. Mit Schwester auch nicht. Bruder, der Geheimträck ist jetzt ein Zibi-Foto zu schicken. Ja. Bitte? Dann weißt du nämlich, ob es ernst wird oder nicht. Die Bucasse. Ach, warum hat die Karolin nicht wirklich getrieben? Digga! Yassin, nimm es echt los. Yassin, nimm es echt los. Nimm dein... Du dein Handy weg. Du dein Handy weg, Alter. Ich hab grad... Ich hab grad... Ich hab grad... Ich hab grad deinen Tipp gefolgt, ne? Wer hat den reingeschossen? Richard! Walla! Walla! Pass. Nein, aber ich hab auch echt... Ich bin einfach hinter dem Toro gewesen. Nein, der Richard hat den reingeschossen. Ja, aber ich wollte, dass der Yassin den bekommt eigentlich, ja. Ach so, Rückpass, ne? Wie bei Riefpass. Ja, ja, Rückpass, Bruder. Rückpass. Genau, Bruder. Ja. Boah, Erzin weiß, was ich will, ja. Du weißt aber nicht, was du willst. Doch, ich will nur eine Frau. Richard. Das ist die eine. Die wahre. Tua Lipa. Oder Marina. Oder Karolin. Oder Karolin. Aber lieber bin ich ehrlich. Ey, ich bin ehrlich. Oder Anna de Amas. Eine, eine... Oder Anna de Amas ist schon die Beste, ja. Eine, eine, wenn... Ey! Ich will ganz in die Runde. Ich will grad den Richard disken, aber ging nicht. Ja, guck mal. Aua, aua. Der eine, der eine ist so ein ehrenloser Bastard. Nein, Richard, du. Ich steh im Tor, und was macht ihr? Was macht ihr, Digga? Da fangen alle weg. Alle weg. Ich höre richtige Arme Pisten, naja. Der Dieter, Junge. Zwei Toren wegen meinem Team. Na, piss dich, da spielt auch hinten, Digga. Boah, guck mal. Jetzt, ich glaube, ich habe eine neue Meter, ein neues Level. Der Intelligenz erreicht beim Rocket League. Mach jetzt einfach einen Tor, weil dann mach ich auch Tore. Guck. Genau dahin wollte ich passen, nicht? Ja, warum pushen die so, die... Puschen voll Pi, Alter. Geh mal ran, da. Geh mal ein Storychart. Nein, doch. Ich darf nicht nicht mehr. Ich bin so schlecht im Tor, glaube ich. Hör nur an, ne? Du, also wegen dir. Ein Tor schon mal weg. Er wäre reingegangen. Bruder, ich war da. Ich bin ganz stramm. Ich bin ganz stramm. Weg, komm. Ich habe die zerstört gerade. Sag doch, wenn du den hast, Alter. Chub, Chub. Style und das Geld. E-Klasse. 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 All das, was ich fotzen, gefällt. Cabrio-Wahn. Ich habe eine Wohnung und kein Geld. Ich habe einen OLED-Fan, der... Jungs, da kommt nicht noch mehr. Ich weiß nicht, was ich mit euch machen soll. Guck mal, Richard. Du kommst, es ist vorbei. Na, hä? Warum? Wir haben kein Spiel heute verloren. Warum? Wir haben kein Spiel verloren. Hey, wir haben das erste Spiel auch gewonnen. Ja, mit Nils haben wir alle gewonnen. Ja, mit Nils, Digga. Der arme, ja. Nein. Ja, die Gegner sind auch einfach so, glaube ich. So krass, ja. Entweder bin ich hinten, da kommt ein zweiter Mann, der mich instant nur beim Hinstellen ins Tor rammt und ich mich abfacke. Der mich instant? Dann fahre ich raus und der fährt auch raus. Im Hinstellen? Oh, ich glaube einfach nur, das Problem ist, der Richard einstort. Ich schwöre, der ist das Problem. War parat, wir waren es parat. Oh, das war echt. Ohne dich wäre das nicht gegangen, ne? Du hast mich für mich gerammt. Ich hab dich auch nicht. Ich wusste auch nicht. War ich die V7? Wollen wir nicht spielen, ne? Ey, lass sie pushen. Komm noch, wir werden mal angreifen. Wir regeln das. Super parat, wo Jango ist drin. Ja, aber da war einer von dem Spasselwanks hinten bleiben, Alter. Oh, die nehmen uns außen. Ey, warte mal, der war nicht drin, ne? Aber jetzt ist der ist drin gewesen. Der war Pfosten, Mann. Das war eine chaotische Lieder. 14 Leute gelangt. Du raked gerade. Ey, bist du los? Ich bin schwer enttäuscht. Entschuldigung, Nitro Jungs. Schwer enttäuscht. Zu null zu verlieren? Ich mach Internet aus, obwohl das nicht competitive ist. Weißt du? Bärenloser. Das ist ein bisschen koordinativ besser spielen. Was sie jetzt auch tun. So, ich fange hier ab. Okay, mach ich. Ich weiß auch nicht, warum die Map dunkel ist. Das riecht mich so auf. Ja, das fack mich auch voll ab, Alter. Auf meinem OLED-Fernseher. Da ist es echt in voller Farbrillian. 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 Wo das ein PS4-Spiel ist. Schafft ihr es da vorne noch? Ein Tor mal zu machen, Alter. Eine Fris, Alter. Wenn ich einmal hin, Alter, mach dir kein Tor, ja? Ich fühle mich langsam wie ein Tor. Habe ich, habe ich, habe ich. Oh, okay, doch. Der hat der Ersten. Mal wieder so. Das meine ich. Ja, endlich, Alter. Die habe ich perfektioniert mit dem Saturnik. Guck gerade drauf, ne? Von meiner Perspektive sind da zwei Leute und keiner bekommen. Hä? Der eine war aber auch lost, Digga. Der war einfach controller-disconnected. Ja, die kommen nicht auf diese Schüssel, Klaas. Die kommen nicht auf die... Die kommen nicht auf diese... Okay. Hey, hey. Okay. Ja, Mann. Baba. Danke. Wir geben nicht auf. Nie ohne mein Team. Nie ohne mein Team. Wir machen knapp weg, Jungs. Guck mal, feil rückt's hier sogar, Tor. Tja. Schafft ihr und ich mal, ne? Das war ein Eigentor von denen, aber war sehr gut. Ja, kipp uns klar rein. Aber gut. So, Jungs. Okay, nie jetzt? Ich bleib hinten und wir drauf. Vertrauen mir. Ja, okay, wofür sollen wir dir vertrauen? Ja, Bruder, manchmal funktioniert das halt nur so. Wie sollen wir dir vertrauen da, Alter? Bleibt er da fünf Minuten stehen, Alter. Ja. Schön hier. Ich bin hinten, ich bin hinten. Okay. Alles gesaved. Ich bin wie eine Mauer. Ich bin wie der Typ bei Haikyuu. Diese eiserne Mauer. Fuck. Bisschenische Mauer. Ja, ich bin Eukauer. Ich bring den von außen rein. Von außen rein? Okay, doch nicht. Ja, mach. Stabil. Oder zwei Affen fahren am Ball vorbei. Ich spür's, oder? Äh, Digga! 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 Tu jetzt mal nicht so. Nein, ich wollte zwei mal machen. Ihr habt einmal vom... Nein, Jungs. Oh mein Gott, danke. Eiserne Mauer. Boah, wie rammt der mich weg, Digga? Der hat mich voll... Hol den hier, Mann. Hol den. Ich hol den. Ey, wer rammt mich davon hin? Nein! Jungs, ich kann nicht verlieren. Ich kann nicht verlieren. Ich flipp da hoch. Digga, ich treff den Ball grad noch nicht, ja. Oh, ich hab grad... Ich hab grad echt wiese Probleme. Ach, fuck. Wurde, wir hätten so oder so nicht gewonnen. Nur mal so zur Info. Guck mal, die fahren sogar rück... Und der fährt einfach vorbei. Einfach nur noch den rein. Der hat sich einfach reingemacht. Der fährt vorbei und danach macht den hinten rein. Der ist... Die Runde war einfach nur Scheiße, Jungs. Was? Ich hab gar nichts gewonnen. Es fährt auch keiner, es fährt auch keiner. Nein! Nein! Will den im Tor safen. Und schieß den aber jetzt rein. Der andere ist einfach vorbeigefahren. Nein, ich hab dir vertrutt, Digga. Ey, lass alles... Der Normal wiederum noch. Jetzt ging es so offen. Na knapp, angeblich knapp. Wurde, die haben ja auch Dings... Guck mal, warum... Warum hat der Nils schon wieder kein Clan-Tag? Es gibt immer einer, der irgendwie aus dem Dings fällt, ja? Ja, ich weiß auch nicht, warum du Clan-Tag-sichtig bist. Na, hä? Du bist auch... Bruder, weil das einfach Scheiße aussieht. Team Blau sind wir. Team Blau, Bruder. Nur wegen Nils. Nur wegen Nils. Stimmt, er hat das noch nicht verdient. Oh mein Gott, der war schlecht gesaved von mir. Bruder, der hat solche Air-Control, Digga. Bruder, was eine Parade, Digga. Rückwärts einfach. Einfach rückwärts einfach marschieren. Entschuldigung. Und das kanske nicht so? Hi, was? Tschüss, Leiter, Digga. Ok, warum? Gehen alle nach hinten, Alter? Oha! Jungs, was macht jeder? Ok, der hat mich jetzt auch noch zerstört, der Bastard . Sorry Der kommt gut rein Du hast ihn gewartet auf diesen Abräumer Nein, nein, ich habe Boost geholt, aber ich stehe hin Pass auf Aber eigentlich ist das auch, um ernst zu sein, meine Taktik, ich spiele nur Konterspiele Ich habe keinen Scheiß gebaut Das ist nicht schlimm Wollen wir ihn nach vorne gegenlassen? Ah, ich habe ihn nicht bekommen Stark, Noah Du bist der, wenn du dich spielst Kannst nichts machen Nee, ich habe mich gerade gedreht, ich spiele ohne Ballkamera, das ist das Problem Wir gehen um die Kamera Guck, ich drehe mich Einfach schon da Mach die Kamera an oder die Fensterscheibe runter Weil er keine PS5 hat, ja Entschuldigung Oh Das war jetzt nicht so gut getroffen Aua Hä? 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 Meiner ist einfach nicht gesprungen Hä? Meiner ist einfach nicht gesprungen Ein Typ hat umgelungen dreimal das nicht so geklaut Sehr gut, Rich Warte Weil, guck, da hinten links, rechts, links. Wer kommt jetzt? Ah, ne. Bastarde, ja. Sehr gut. Weiter, weiter Nils. Boah, du Bastard! Hab ich, hab ich? Okay. Warum rammt der mich? Hab ich gesehen. Ja, der hat mich noch vorher gerammt. So, den hab ich aber schön bekommen. Hehehe. Hast du Nils? Ja. Feier an die Wand, hol ihn in die Mitte. Ah, fuck, ich bin durch den Punkt geflogen. Schade, der war schneller als ich. Hab ich? So, der kommt wieder rein. Kommt wieder rein. Ach, fuck, getroffen. Okay, lass doch Konter war. Okay, oder nicht? Ah, schade, Alter. Okay, ich hab den. Ey Wichser, Alter. Warum ist das Parant, Alter? Die sind echt nicht... Ihr seid aber gut. Ich seh das von hier. Ihr macht sehr Druck. Okay, dann. Ich bleib einfach fast eigentlich die ganze Zeit im Mittelfeld, aber. Ah, schade. Fuck. Okay, ey, der ist in unserer Hälfte. Los, 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 raus, da. Wir müssen Druck, 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 Spiel machen. Der ist immer noch in unserer Hälfte. Der Dieter ist in 90. Nein, kann ich doch nicht, du kleiner Leleck, Alter. Pass auf, der ist drin. Der ist nicht drin. Der ist nicht drin. Oh, der zerstört mich, der... Der Baster. Ich bin einfach gefroren, er hat mich hier eben berührt. Ey, kann einer gleich mal ins Tor gehen, ich glaube. Ja, ich sag den erstmal. Sehr ruhig, ich sag den Tor. Entschuldige, ich geh raus, Tür. Okay, doch nicht. Du, ich geh raus, Tür. Gibt mir selber ne Vorlage gerade? Wir haben gute Vorlage. Boah, schade, schade. Schlechter Schuss. Schlechter Schuss. Ja, ich weiß, aber... Ich hab schlecht Perspektive. Was ist denn, Mann? Ey, Digga, es ist echt schwer mit euch. Wir sind die Blauen, ne? Jungs, wir haben... Ja, ja. Ja, ich weiß nicht, Mann. Ecke, schade, schade, schade. Ich hab so einen Schotter gestartet. Shit. Digga, das kam jetzt, ne? Ach, hier liegt auch. Ach, hier liegt der Kuss. Jetzt liegt man da. Was ist da? Schade. Was ist wirklich schön drauf? Was ist gong on? Okay, fern jetzt. Wer ist da? ich soll ja dein dann fahr sein dein das dein 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 sehr gut mich selbst wir sind voll angekommen aber ich sag mir cros overhead wir sind gut ja aber wir sind echt wir sind echt besser geworden ehrlich ja ich würde echt gerne noch mal gerne noch einmal und bitte zu viel gefällt mir aber zu viel ist aber egal hauptsache ich bin zusammen so ist machen jetzt so ich hab jetzt mal ein bildschirm gemacht ich kann da jetzt richtig ich bin einfach sehr sehr ungern aber ich glaube das ganze spiel